ARD Text im Auftrag von Funk Grüezi wohl! Grüezi Nelfi! Grüezi! So, ich bin heute mal ein wenig früher dran. Ich will da ein neues Game ausprobieren. Von der Macher von Life is Strange ist da das Tell me why rausgekommen. Ich dachte, hey weisst du, das ist doch mal etwas, das ich streamen könnte. Das machen wir hier. Nelfi gehts gut, alles klar. Ich bin da nur eine schnell rein, darum muss ich hier ein Reply machen. Damit wir von vorne die ganze Story sehen. Yes, yes, yes. Und ich spiele mit Controller. Ich hoffe das Game ist ein Controller-Game. Ich hoffe auch, dass die Story gut ist. In Life is Strange hatte sie so super Kräfte. Und ich hoffe, dass das hier alles so ähnlich ist. Und dass es nicht einfach so eine verdammte Love-Story ist. Oder irgendwie so etwas. So, umschalten, umschalten. Oha. Hey, kiddo. Das erinnert mich schwer an... An äh, was war das? Beyond Two Souls? Das Foto kann ich auch so ähnlich haben. Im Poliziere, wir. Was war das? Was war das? Was war das? Oh, mein Gott. Okay. I... I went to show her my haircut. She had a gun. She... Take your time. She freaked out. I... I... It's okay. No, it's not. It's not okay. My mom tried to kill me, so... I killed my mother. Ist das ein Flashback? Sie hat ihre Mutter getötet. Okay, okay. Also, ich habe es übrigens auf Englisch eingestellt. Ähm, ich weiss gar nicht, ob es eine deutsche Sprachausgabe gibt. Ich bin aber eher sowieso Fan von Englisch. Ihr müsst euch sagen oder schreiben, wenn ihr die Untertitel gerne auf Deutsch wisst. Die sind jetzt im Moment auf Englisch. Also, ich schreibe ich. Mir ist das grundsätzlich egal. Also, die Grafik ist schon mal besser, als bei... bei den vorherigen Spielen. Vom Entwickler. Und ich hoffe, dass für euch die Lautstärke gut ist. Sonst einfach alles sagen. Okay. Das ist ein sehr guter Simulator. Aufräum Simulator. Ja. Das ist ein sehr guter Simulator. Das ist ein sehr guter Simulator. Ich finde das, was ich auch nicht mehr so glaube ich. Es ist ein sehr guter Simulator. Ich möchte die Aufräum Simulator. In der ersten Seminanten, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, äh, sagen wir da, ja, sagen wir da. Ja, why? Tell me why. Ja, ich, äh, Schublade, das sieht doch gut aus. Ja, ich, äh, sagen wir da rein. Asphalti. Oh, come on. Why do I still have this? Okay. 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 Ja. Ähm, ähm, ja. Schön. Was muss ich machen? Ach, ich weiss es nicht. I should probably get rid of this. I mean, I can stream it anytime I want. But, it makes me happy just to look at the box. Objektive, find the keys to the old house. Ja, okay. Alles klar. Wo könnten denn eigentlich die sein? Da haben wir schon geschaut. Da ist es sicher mehr. Oh, unter dem Bett. Oh, unter dem Bett. Oh, right. I stashed them down here. Genau. So, jetzt nehmen die Schlösser. Let's go. All right. I think I'm ready to go now. Uh, Allie. She's gonna be so awkward. Great. Huh. False, so nice. Ich lese es jetzt mal nicht vor. Darnas. Hoi, grüezi. Alles klar bei dir? Ist der Stream noch gut gegangen gestern? Ich habe nicht bis zum Schluss geschaut. Ich bin irgendwann raus. Der hat, glaube ich, ähm, was hat er noch gesagt? Sandstorm. Ich glaube es. Ja, 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 ja. Story, 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 story. I can't believe I'm about to leave this room for the last time. Okay. I'm pretty much done here. Ja, es läuft auch gut. Äh, bescheissenes Wetter da. Wahrscheinlich bei dir auch. Äh, ja. Es ist das erste Mal seit langem, wo ich wieder so recht kalt habe in der Wohnung. Und, äh, ich habe Prüfung hinter mir. Diplomprüfung. Und das ist eh geil. Also mir geht es wunderprächtig. Man, I'm gonna miss that view. Hey, little guy. You're gonna be reunited with your sister soon. Der Stream hat angefangen zu lagern und deine Cam ist nachher nicht mehr gegangen. Aber es ist okay. Deine Cam ist nachher nicht mehr gegangen. Nachdem es angefangen hat zu lagern. Ja, das ist interessant. Ich kann so. Also ist es eigentlich gefreezen gewesen? Das Bild gefreezen? The crafting goblins. Also es war collectible. Nein, nachdem ich Streamlabs neu gestartet habe. Hm. Okay, das ist interessant. Das... Aha, NVIDIA Broadcast macht Probleme mit Streamlabs. Gut, ich habe NVIDIA Broadcast noch nie gebraucht. Aber es kann sein. Also du hast dann voll OBS, äh, also Streamlabs OBS. Ich hatte das auch mal ein Zeitpunkt gehabt. Aber ich finde das originale OBS eben ein bisschen besser. Also du kannst einfach mehr machen. Du hast mehr Plugins und so. Aber für den Anfang ist Streamlabs sicher. Ich sage jetzt mal simpler aufgebaut. Äh, ja. Das ist der Brief, den ich vorhin nicht gelesen habe. Ist das nicht der Brief, den ich vorhin nicht gelesen habe? Ja, komm, mal raus. Ja, Tarnas, wir müssen mal schauen. Du hast ja noch ein paar Fragen. Äh, du hast ja glaube, ähm... Also Daddy hat mir gesagt, du willst die Spiegelreflexkamera anhängen. Dann bräuchte ich einfach noch... Ja gut, das kommt drauf an, welches Modell du hast. Gibt es vielleicht Lösungen ohne zusätzliche Hardware? Ja, sonst bräuchte ich vielleicht so etwas wie eine Cam-Lenke. Ähm, aber das können wir uns ja schon mal zusammen anschauen. Okay, ja. Hi, Tyler. Hi. 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 Wenn wir uns in 10 Jahren sehen. Hi, Tyler. Oh, sorry, I ... It's fine, Alison. Hi, is a good place to start. God, it's good to see you. Likewise. Du bist auch noch an. Ähm ... Ja, du kannst sicher vorbeikommen. Wir haben heute noch Pläne. Unser Plan ist, dass wir ... Ich muss da schnell pausieren. Dass wir Serious Sam 4 zucken. Jemand am 9 Uhr. Ähm ... Ich weiss jetzt nicht, ob Eddie all dabei ist. Bei Eddie weiss ich nie so recht, ob er jetzt kommt oder nicht. Es wären sicher dabei Roger, George und ich. Und Serious Sam 4 könnten wir im Coop-Game bis zu 4 Spieler, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Aber du darfst sicher gerne in Discord joinen. Dann können wir auch ein bisschen schnurren. Das ist okay. Oder auch vorhin. Dann müsstest du mir auch schnell Bescheid geben. Weil jetzt im Moment bin ich nicht im Discord. Aber kann man machen. So. Das sind Brüder und Schwester, wenn ich das richtig interpretiert habe. Ähm ... Das Essen. Hm ... Das liebste Geschmack von überkackten Halibut. Halibut? Ja. Es war nach Hause. Für ein Zeitpunkt, du weißt. Oh ... Ja, das macht Sinn. Ich bin auch sehr glücklich, dass ich nicht mit diesem Halibut wieder essen werde. Willst du mich fahren zu Delos Crossing oder auswischen? Du bist willkommen zu gehen. Na, ich will meine Möglichkeiten. Ich gebe meine Worte. Nehmen noch einen letzten Blick oder irgendwas? Ich lese. Wir schauen. «Fireweed» «Okay» «Du Tarnas, das ist die Lautstärke des Spiels, sag mir da schnell» «Oh, and just last week, they had to turn the ferry around because a bear was on board» «No way» «Someone heard a commotion in the back of a delivery truck, so they opened it up, and there was the bear, fat and happy on a literal mountain of empty chip bags» «You go where the food is» «Oh, I can relate to that» «So then what happened» «I'm not sure, I think they couldn't get him to leave, so they tranked him» «Oh, poor buddy» «Shot in the ass just for getting the munchies» «Yeah, well, you know what they say, safety first and bear country» «Yeah, but prevention is best, common sense goes a long way in keeping them from getting shot» «The bear is fine, Tyler» «For now» «You hear they've been talking about loosening up regulations on trophy hunting again» «Higher bag limits, inhumane ground traps» «Even bringing back hibernation hunting» «What kind of asshole gets off on killing a sleeping animal» «I'm not against hunting, but predators play a vital role in the health of our natural parks» «What? Why are you smiling? I'm being serious» «Oh, I can tell, Ranger Tyler» «Not yet, but at least I got the school part out of the way» «I can't believe you've got a bachelor's already» «While I boast a half-completed certificate in accounting from an online college that may have stolen my credit card number» «You'll figure out what you want, you have time» «How are you feeling?» «Like I'm about to drive straight into a whiteout and my foglights are dead» «Oh, it's all my luck» «What about you?» «Alison?» «Well, zoned out there for a second, sorry» «What's up?» «I'm sorry, I'm just trying to wrap my head around the fact that you're right here, standing beside me, on our way to Delos» «You don't have to apologize, it's a lot» «Why did we take the ferry instead of the coast road?» «Because I didn't want to be stuck in the car with you for an extra two hours» «Haha» «We have to take the ferry, it's the only way to reach Delos from Fireweed» «I see, well good» «I don't think my stomach could have taken two more hours of how you handle curves» «I'm sorry, do you want to take over driving when we dock?» «Nope» «You're gonna have to get back behind that wheel at some point, you know» «Look, I put a fireweed van nose first in a ditch» «Hey, at least you missed the porcupine» «I'm guessing things haven't changed much» «You mean in Delos? Still the capital of East Jesus nowhere» «Can't wait to get out of here» «Okay, okay» «Oh» «Small town life» «Guess that normal life you wanted didn't live up to your expectations, huh» «I mean, having cable and full-time electricity was definitely a plus» «But no one ever forgets anything in a small town» «You get marked a weirdo and that's it, that's your life» «At least you had Michael» «Yeah, I don't think I'd have survived high school without him» «But you're gonna miss him when you moved to Juno» «How's he doing» «Good» «Good, good» «Michael» «I haven't seen him much outside of work lately» «He's been busy with his dancing» «Helping his clan organize a potlatch» «Is that smoke coming out of Stonehouse?» «Oeh» «Hexen, hier wat exen» «Someone finally bought that old chef» «That or the ghosts are cozying up by the fire» «Think the new owners know it's totally haunted» «I'm sure Tina did her best to keep them from figuring it out» «At least until the paperwork was signed» «Ugh» «That house always gave me the crepes» «Those windows are like huge gawking eyes» «Do you think people talk about our house this way» «Probably» «So, where are they the super powers?» «I can do something to do» «So, we're really going back there, huh» «To Stonehouse» «I mean, we're going home» «Yeah» «Yeah, we are» «Think the house will sell» «No interested buyers yet» «Turns out, people don't line up to buy murder houses with no electricity» «At least it's got one hell of a view, unlike Juno» «Hey, Juno has mountain views aplenty, it just also has people and fun» «Are you still thinking you might be my roomie» «Thinking about it» «Hey, can I ask you a question» «That's the fear they're my loser» «Uh, yeah, come on» «Shoot» «I was told» «Um, I mean, after you, well, graduated, I guess, and became a mentor three years ago» «You still basically spent all your time at Fireweed, right?» «Pretty much» «There were a few times I tried to go to these meetups for trans people in Juno» «But something always came up» «I probably should've put myself out there more» «But it was better to be around in case the residents needed me» «So you were free to come and go as you pleased» «Yeah, well, why do you ask» «Oh, nothing, just being an overly invested sister» «Curious how you spent your time» «Okay» «Alison» «Yeah» «Spit it out» «Okay, you need to promise not to freak out» «Hi Warlock, grüezi, grüezi» «Alles klar» «Schau, ich habe es doch noch geschafft, Warlock» «Ich habe es doch noch geschafft» «Jetzt habe ich vergessen, meinen Merch anzulegen» «Kop me gratis in» «Oh, det Eddie» «It was the police officer who arrested me» «Come on, Ty, don't» «And your adopted father» «The man who didn't let you visit me for seven years» «The Fireweed administration backed him up, Tyler» «They thought it was best for both of us» «Yeah, well, it wasn't» «It's a peace offering» «And you're the two most important people in my life» «Please» «For me» «He can't buy my forgiveness with some cheap ass trinkets» «It's a gift, Tyler» «You know what gift giving means in Klinket culture» «And what it means to refuse one» «I'll take it, but I'm not going to wear it» «Really?» «Really» «Just so we're clear» «This was for you» «Not Chief Brown» «You know, you could call him Eddie» «Or even... «Uncle» «Hard pass» «The Eddie» «The Enkel Lady» «The Enkel Lady» «Ja genau, The Enkel Lady» «Did you hear that» «Oh, jetzt geht's los, Action» «Es ist ein Val» «Wow» «No place like home» «Yeah» «Would it ruin the moment if I said I needed to call home» «Uh, yes» «Completely» «Sorry» «Go ahead» «And stop apologizing all the time» «Okay, sorry» «Thanks» «Oh, jetzt darf ich einmal stehren» «Ich habe zu erlangen» «Pfff...» «Define» «Oh» «Oh» «Oh, was kann ich da machen» «Oh» «HELLO» «Hallo» «Hallo» «Ja klar» «I don't think I could ever get tired of this» «Agreed» «Where are you headed» «Dellos Crossing» «Same here» «You from around here» «Born and bred» «Born and bred» «Ah, you don't say» «I moved to Anchorage around your age» «Dellos was mostly Alaskan natives» «Then» «Haven't been home in five years» «Oh» 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 «So you owed your family a visit» «I'll say» «You may not know it yet but your folks» «They get old real fast» «Right» «I'm Alex by the way» «Alex» «No relation» «To George Gershwin» «Uhm» «Gershwin» «The pianist» «Folks are always asking you for related» «So I try to head it off the pass» «Oh» «What'd you say your name was» «Durfe ich auch mein Name wählen» «Just call me Tyler» «All right» «Good to meet you Tyler» «Likewise Sir» «Ja» «Also haben wir da noch» «Kann warten» «Hey Alison» «Can we take this scenic route instead of the highway» «Ich glaube die lässt nicht zu» «Ja» «Dude» «Yeah» «Es ist da irgendetwas Wichtiges dabei» «Ja, ja, ja» «Okay» «Das ist fertig mit telefonieren, sehr schön» «Uhm» «Hei, Gern» «Fancy meeting you here» «Ehm» «Uh» «Find ich michein» «Did you make a friend» «I did» «We're hitting Bernys tonight to watch the game, drink beer, and complain about our wives» «Sounds like an enchanting evening» «Gonna have the time of our lives» Damn, ich habe den Telefonnummer gelegt, aber zu sehen, dass es wild ist. Ja, es war schrecklich. Man kann den Schmuck überall in Delos Cross. Two Jahre später, und sie haben es nicht aufgelöst? Die Firma nach unten ging, und, surprise, niemand ist bereit. Es ist jemand, was? Ja, es war ein verrückter Tag. Hey, wir haben nicht den Weg aus dem Dock? Warte, nein, das war auf dem Berg. Oh, äh, sie haben den weggebracht. Was? Nein. Man, so viele gute Erinnerungen. ...de mich in den Berg? Äh... Kids are dicks? Sorry about that. Kids are dicks? Ja, ich bin nur Entschuldigung in der Form von Schokolade. So, was ist das? Nein. Es gibt nichts mit der Öffnung. Hey, hast du deine Anwendung in Denali gelegt? Äh, nicht noch. Ich brauche viel mehr Erfahrung. Du bist nicht, um den gesamten Nationalpark zu fahren. Sie müssen etwas zu haben, nicht wahr? Ja, aber ich habe keine Anwendungen gemacht, keine Voluntärer gearbeitet. Sie bekommen wahrscheinlich hunderten Anwendungen. Und ich habe nichts zu zeigen. Komm schon, du wirst das nicht wissen. Es kann nicht versuchen. Ich steige schon mal rein da. Ich darf nicht fahren. So. Let's go. Oh, das stimmt. Das ist super schnell gegangen. Haha. Okay. 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 Und wo sind wir da jetzt? Okay. 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 Ich weiß nicht. Das ist genau wie ich erinnere mich. Ich meine... ... 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 Hausflipper. Das wäre jetzt geil, wenn es das Wort switchen zu Hausflipper. So, neue Anmalen, neue Einrichtungen, das ist wahr. Everywhere I look, I can just see her. Alison, we could go grab a bite. Start this tomorrow? No. The only way to get this done is to do it. Okay, alright. Do it. Okay. Ja, das ist natürlich verschlossen. Schlüssel finden? Ja, Schlüssel hat sie. Ah, das ist der Schlüssel. Ja. Das Schloss wurde ausgewechselt. Ja. Vielleicht hat jemand die Locken geändert. Wer würde uns die Locken geändert? Ich weiß nicht, wir sind verschlossen. Hast du einen Plan B? Ja. Wir finden einen Weg in. Ich wusste nie eine Locked-Tür, die die kräftigen Goblins ausziehen könnte. Ja, wir hatten ein Millionen Weg in und aus diesem alten Haus. Ja. Also, let's go. Feister. Feister. Easy. Hm. Oh. So, wir sind jetzt zivilisiert? Oh, vielleicht nicht. Aber wir versuchen diesen Ort zu verkaufen. Wir müssen schnell schauen, ob es einen anderen Weg gibt. Die kräftigen Goblins. Ich habe sie nicht gedacht, dass sie in dennoch immer. Was soll ich sagen? Ich kann nicht zäcklen. Ich kann nicht zäcklen. Ich kann nicht zäcklen. Ich kann nicht zäcklen. Nichts. Ach. Oh. Oh. Was haben wir da? Hier können wir auch... Ja, ja, ist gut. Ja, ist gut. Ja, hinter die Tür. Sicher offen. Aber vielleicht geht der Schlüssel. Es ist geschlossen. Ja. Nichts, keine andere secreten Forts? Hm. Honeydew? Nein. Es ist nicht gut. Ich kann nicht das auch nicht öffnen. Es ist okay. Wir finden einen anderen Weg. Ich habe keine andere Idee. Was können wir noch machen? Also das Window wollen wir unbedingt nicht kaputt machen. Unbedingt. Es tut auch noch etwas. Ja, weisst du? In Fall kommt er zu dem Feaster rauszukommen. Ich stelle mir eher vor, als du es im Feaster rauszukommen kommst, wenn ich jetzt sage. Okay, ich habe hier Seeds gefunden. Mit deinem Kaypen dran. Da hinein komme ich. Auch nicht. Hey, it's locked, all right. Kannst du dir nicht den Schlüssel probieren? Ich habe mir das eben noch gedacht, dass es unter dem Haus... Laundry-Room. Jetzt probierst du schon wieder. Ähm... Ähm, 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 ähm... ...eine Hatch, der zum Laundry-Room geht. Und wo zum Teufel ist der Laundry-Roll? Machen wir hier noch? Nein. Komme ich dann wieder hoch? Nein. Ah! Ah! Ah, man kommt runter. Okay. Okay. Ich muss hier noch mal schauen. Oh! Du, das hat jetzt so geil ausgesehen. Mhm. Was haben wir hier? Was hätten wir hier brauchen können? Also da wäre doch sicher irgendwie... Ja, da kann ich nichts machen. Kann ich auch noch mal etwas machen? Jetzt wiederholen sie sich wieder. Waste not or kiss the planet goodbye. So, jetzt kann ich das Wind auch nicht kaputt machen. Was steht da? Find a way under the house. Dann gehen wir noch mal rundherum. Aber ich habe nichts gesehen. nicht. Was ist das? Was ist das die Einzelnen gezogen? Was ist das? Was ist das? Ja, aber doch. Nein, doch. Toch um ihn nicht, oder? Ja, das ist doch. Wir sollten versuchen, die Entrance zu unserer Haltung zu finden, nicht wahr? Ach, da? Ja, ich bin ein bisschen langsam, sorry. Ja, ja, holen wir die Schaufel. Da müsste ich doch gehen. Die ist auf der anderen Seite. Warte, da kann ich hier durch. Da kann ich runter. Oder das, das ist auch eine. Kann ich die nicht nehmen? Hopefully Mother Nature holds off on the blizzards until after we sell the house. Okay, das ist nicht da unten, den wir brauchen. Find a screwdriver. Okay. Screwdriver. Das ist in diesem Fall angeschraubt. Ja, egal. Screwdriver it is. Da haben wir einen gehabt. Aber da kommen wir nicht rein. Ja. Noch mal schnell. Hey, it's locked all right. Ja, ja, das wissen Sie. Kann ich dann nicht wenigstens das Fähnstück kaputt machen? Oh. Hey, ich sehe einen screwdriver. Now all we need to do is get inside. Oh, wait. You don't say. Oh. Oh. Oh, Powers. Oh. 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 Oh, we need to die drüge. Oh. 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 Okay. Oh. Also. Oh. Also sie haben einen Connection. Also sie können erinnern, dass sie sich daran erinnern, dass sie sich daran erinnern, dass sie sich daran erinnern. Und sie werden sich daran erinnern. Und sie werden beide gesandt und es ist geschlossen. Also das ist... Ich komme mir gerade nicht daraus. Ja, follow the memory. Kann ich mir da nochmal etwas machen? Ich komme mir gerade nicht daraus, was ich machen muss. Das ist kompliziert für mich. Ähm... Zum Ding unter dem Haus. Aha... Ja... Das könnte noch sein, dass ich an dieser Ecke gedacht habe. Aber da geht es irgendwie auch nicht. Und ich kann auch nicht auswählen. Okay. Und die sind hier rüber gelaufen. Jetzt muss ich es halt nochmal schauen. Kann ich es nochmal schauen? Hä? Ich komme echt nicht daraus. Ja, der Treasure ist doch das an der Hausecke. Ja, das habe ich eben auch gedacht. Das ist hier. Ja, aber... Ich kann hier eben nichts machen. Ich kann hier nichts machen. Und... Hier auch noch habe ich immer so eine Vibration auf dem Controller. Und das ist die Erinnerung quasi auch nochmal abspielen. Ich mache es jetzt einfach nochmal. Vielleicht habe ich irgendwas nicht gecheckt. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Was? Stopp sulken! Ich habe dich bereits gesagt. Ich bin sorry. Nein, du bist nicht. Okay. Ich glaube, du willst nicht sehen, was ich in der Treasurerüme dann pute. Treasurerüme. Was? Nein, ich will es sehen. Sie gehen... Hier... Oh! Hier hin. Ich glaube, wir wissen, wo wir suchen. Okay. Ich weiß nicht, welcher ist der Silent Frog. Der Silent Frog. Weil er ist eigentlich Silent. Ja. Welcher von dir ist der Schlüssel? Hm? Der Mittler, ich denke. Damn. Where is the key? Seriously? Kidding. Oh, come on. Okay, okay. Sorry. Okay, interessant. Nice job. Keep me secret, buddy. Okay, wir haben einen Schlüssel. Äh... Wollen wir zuerst... Hier rein, weil wir brauchen den Screwdriver. Oder nein, wir brauchen nicht den Screwdriver, weil das ist der Schlüssel fürs Haus. Mal schauen. Ich habe das Gefühl, das ist der erste Schlüssel, den ich noch nicht versaut habe. Ja, 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 ja. Ist gut, ist gut, ist gut. Also, wir holen den Screwdriver. Let's a go. Ah, das kann jederzeit drücken, wenn also Erinnerungen rum wären. Okay. Mal schauen. Wir nehmen den Screwdriver. Mehr brauchen wir nicht. Got it? Hold this for a screwdriver? You got a better idea how to get in? So. Und dann gehen wir da zu dem Eingehen. Schrauben den auf. Oh, das ist wirklich geschraubt. Okay. Okay. Now. You sure you want to go in there? This was our very first den, remember? Who knows what lives down there now? Das war's. Das war's. Das war's. Sehr gut. Sehr gut. Das war's. Das wird's. Zum Horror-Game. Ich hoffe nicht. Ja, passt doch auf. Du hast sicher Erinnerungen. Oh, wow. Okay. 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 Ja. Aha. Wow. I can't say I ever expected to see you again. It's been a long time, buddy. Ist das ein Collectible? Nein. Nein, das war aber jetzt falsch. Das ist kein Hatch, oder? Ah. Was ist denn da hin? You were right, Sis. Of course. A Goblin never forgets where she stasht her treasure. Not even should a thousand years pass. Ist das eine Banane, die nicht gefaulet ist? Ist das eine Plastikbanane? Pink. It always had to be pink. Ich gehe mal davon aus. Ah. Ah. Oh. Ah, man. Ah, so... Ah, so... Ah, so... Ah, so... Ah... Ah. Oh, das ist... Oh, er hält den Schlitten. Das ist eine wunderschöne Tapete, die sie hier ausgewählt haben. Gut. Auf. Oder was? Just working up to it. Well, we're here. Here we are. So, jetzt kommt Hausflipper. Hausflipper, gut. Ja, dann würde ich sagen, alles raus, oder? Die Wände ableissen. Äh, das ist was. Mhm, mhm. Okay. Okay, gut. No power. Wie lange war das jetzt unbewohnt? Das ist interessant. Ich meine, es ist immer noch grün, aber es kann ja noch nicht so lange her gewesen sein. Äh, Schubladen. Das brauchen wir sicher. Oh, kann ich etwas machen? Oh, ich kann reden. Äh. I love fixing things too. Guess we never had time to complete the collection. Mint, Fleck, Snot. Oh, oh, memories. Um, Mom? About me joining the hockey team? Mom. Sorry, what? Uh, not now. Maybe next year. But you promised. Keep whining, and my next year will become never. Can you cut my hair? Your hair is fine. But I want to cut it short. Really short. What? Look, I'm tired. And I'm busy. Let's talk about this later. You always say that. Okay. Everything. Made me so pissed. She was always on edge those last few months. Yeah. And completely deaf to everything I was telling her I needed. She pretty much always said no to me too. True. But it felt personal with me. Okay. Also, the first scene of the game is when I looked at the hair cut. With the short hair cut. Where will that... ...and then... ...a little bit more... ...was it? Let's see. Fettelie. Fettelie. She took so many pictures. Yeah. Like she had to document every second of our lives. Wow. I'm so embarrassed for us. Many Da Vinci's we were not. She saved every drawing we ever did. There's a couple of these I might keep. ... 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 Mm-hmm. Oh. Oh. Das ist eine Madonna-Maltin. Marianne's room. Halt aber da rein! Marianne's room. Er hat da rein. Ja, ja, ja. Ähm, hoch! Was ist da? Los geht's. Huh, this bathroom still smells like Marianne. Good rub and we'll be rid of that too. Wow. I forgot all about her weird concoctions. And how she was always testing them on us. Like we were lab rats. Okay. There were so many times I looked in this mirror hoping somehow it'd show me something different. So, schnick goes an eke. Okay. We were so competitive about who measured taller. Like we actually had anything to do with it. And after all that, it ended in a tie. Yeah, none of that crazy stretching I did made any difference. Um, yeah. A little further though. If you don't come up soon, I'm gonna take whatever I want from our bedroom. No way! Wait for me! Now this? This feels like home. The city of love. Okay. Look what I found. What? Only our greatest creation. The book of goblins. Seriously? It was in that chest the whole time? Yes. All these stories. I had ideas for so many more. Marianne wrote a lot of them. Yeah. It's one of the only times I remember her being... Okay. Okay. This is... Fail. Okay. Okay. Mom? Mom? Mom! Mom! Where is it? What did you do with it? What now? I can't find my diary. I know you stole it. Give it back! Sweetie. Whatever I do, it's just for your benefit. You read it, didn't you? You had no right to do that! I have the right to do whatever I need to protect my little girl. I'm not your girl! I hate you! You will always be my little girl. And no matter how hard you fight me, I'll fight twice as hard to keep you safe. I don't know how I never saw it coming. I'm... She told me right to my face. She was willing to hurt me. To keep me from transitioning. Yeah. Yeah, Warlock. I'm just trying to work. Tyler. There is no way you could have known she'd go that far. I want my diary back. Her room was the only place I didn't look. Okay. Okay, but do you need to get it, like, now? That diary was important to me, Allison. Writing down my thoughts helped me realize who I am. Well, then let's go find it. You think the room is still locked? It always was. Okay. I'm not looking forward to going in there. I know, but we'll have to eventually, and I need it back. Also, he is a man. Do I see that right? Or, or, or whatever. Hey, the postcard we sent ourselves from Juno. Forever alone. What? But, we barely had any friends. We even had to be our own pen pals. Also, there is a game on the transgender theme. Okay, okay, okay. Okay, okay. Yeah, let's look. Oh, the memory. Where, where, where? Where is the memory? Huh? That's right. No, that was... That's right. The Ice King finally caught the hag. His furious voice could be heard throughout the forest. For your wickedness, you will be eternally bound to the lake. What? No way. Quiet, let me finish. You will no longer be allowed to leave. Not even under a full moon. The moon hag was imprisoned in the lake, and she never again tried to escape. Hmm. And then the title. What do you think? Not bad, right? I guess that's okay. But, I would have changed the end. What? No way! The Ice King. I totally forgot about him. That's because it was dangerous to mention his name. He was too powerful. The Ice King. What do we need to find a diary? I think. Where did you come from? Mary Ann. Enter Mary Ann's bedroom. Yeah, okay. That's still�y. Ja genau. Mhm. Mhm. Haha. Oh. Ja. Jetzt kommen hier noch Rätsel. Das ist wunderschön. Das ist doch keine Frau. Ja, das ist doch keine Frau. Ich komme auch nicht draus. Ich warte auf mehr Informationen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, okay. Kann man es nicht einfach aufmachen? Now storybook puzzles. What a weird day. What a weird childhood. Touché. Haha, das ist doch gut. Also, was müssen wir machen? Ähm. Also, wir können diese drehen. So, jetzt mit Anlauf. I think I'm just gonna force this open. You sure? We're not in a rush. And we'll have to fix it. Dude, ich habe wirklich keine Lust auf Rätsel. My life got a whole lot better when I stopped letting her set the terms. Okay. Go ahead. Haha. Oh. Zack. So much for the fairytale mood. Whatever. We're not ten anymore. She spent so much time making those elaborate games and worlds for us. Yeah. Yeah. Enough that she lost her grip on reality. So, where do you think we should start looking? I don't know. Where in this mess would she stash someone else's personal thoughts? I just can't get through. Whatever is going on, they won't let me in. They used to tell me everything, but they shut me out, Tessa. They've shut me out. I've had so much on my plate lately, and... And... They're convinced I'm the enemy, and I don't know why. I need them. I need my goblins. I remember now. We heard her crying. We listened through the door. Seeing her like this. As if she's still here. It really sucks. She was really coming apart those last few months. Wasn't she? Okay. It's great. It's here. I knew it. I fucking knew it. Do you think she read it? Of course. She was nosey as hell. Also, this is his book, right? Is it his book? Also... ...as it. It's... Das war's. Raising your transgender child She was mad I cut my hair. She attacked me because I cut my hair She was mad and she attacked you. We both saw it Then what is this shit? I don't know. I don't know. Tyler, come here She can't do this to me. Not now. When I finally made sense of a few things She was still committed to accepting it. But she, or her or her, had the feeling that she didn't want to take us off. Yeah. Okay. I think I need some air. But she had also a different name. Also, er ist jetzt immer der Tyler. Darum war ich vorhin verwirrt. Ich glaube, es war einmal die Rede von einer Oli. Ich weiß nicht, ob sie dann eine Oli war oder wie auch immer. Okay, das kann ich dann. Okay, das kann ich dann. Ich sehe die Augen aus. Okay. Ich sehe die Augen aus. Also, es war jetzt nicht ganz aus. Ich sehe dir gerade die Augen aus. Ich sehe sie mal aus. Es war alle aus. Ja, das montieren sie sicher auch. Mom? Mom? Ich kann nur hier spielen. Hose auf, das wird ja klar sein. Ich weiss ja nicht, welche Massnahmen hier noch ergriffen wurden. Du weisst, was ich meine, wie weit er gegangen ist. Wobei, ja, ich weiss gar nicht, gäbe es da Möglichkeiten. Ich weiss es auch nicht. Go on. Okay, bitte. It's okay. It's okay. It's okay. I'm sorry. Hey, just try. I'm gonna forget. Mom? Oha. Was machst du denn du? Oh, no. No, 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 no. Oha, die ist... Die ist ein wenig durch, oder? Das ist alles falsch. Wait, stopp! Oha. Die wollte doch nur Bären jagen, oder so. Das ist völlig falsch interpretiert worden. Und sie hat geschifft. Und sie wollte Bären jagen. Und sie hat nachgeorganisiert, oder so. Ganz normal. Oh. 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 Ja, sie hat sich bemüt... Mhm. Aber wenn sie so, und sie sind nicht... Gott, Tyler, sicher. Ich meine, wir könnten falsch sein. Aber was könnte es jetzt tun, um die Frage zu fragen? Du meinst, außer nicht zu leben, dass meine Mutter mich um mich zu töten, um mich zu töten? Ja, also... Also, die eine Situation, die es gewesen ist, heisst für mich noch nicht, dass sie hier auf einem Killing-Spray wollte? Alle gehen. Vielleicht hätte sie eigentlich jagen. In den ersten Erinnerungen hat sie ja eigentlich recht fürsorglich gewirkt. Psycho ist sie mir jetzt nicht reinkam. Das hat ein bisschen Psycho ausgesehen, aber... Ähm... Maybe Tessa has answers. Must be nice to forget. What about Tessa? She was Mariannes closest friend. Let's ask her about it. Sure. But I'll warn you, she's particularly touchy about this subject. Well, maybe she'll talk to me. I was always her favorite. Operative word was. But we need to go by the store anyway. We need to go by the store anyway. We need to go by the store anyway. Maybe a few things for the repairs. Great. Vielleicht hat sich Mutriegen an von der Tessa einflossen. Listen, I know you don't want to keep talking about this, but you're obviously not going to be satisfied until we do. So let's talk. Äh... Is something wrong? You've been on edge all day. Is there something more going on with you? It's nothing. Pretty sure there's nothing. I'd like us to be on the same page. I thought we were on the same page. Sell this place as quick as possible and move on. Yeah, that book changed everything. And then we found the book and things changed. You really don't get that? It's just with the way you avoided this place for the last three years, I thought you wouldn't want to spend any extra time here. Oh. So that's what this is about. Maybe a little. Yeah. It's just... You graduated three years ago. And this is the first time we've seen each other in person. That wasn't ready. It's not that I didn't want to see you. I just... Wasn't ready to be Tyler in Delos Crossing. I tried to visit you. I tried to go to your fireweed graduation. I wanted to bake you a crappy box cake and take awkwardly posed photos. I know. But you shut me out. All I got was non-responses and half-assed evasions. Yeah, stop making it about you. It was about me, not you. And making it about you is really not cool. Seriously? That's it? Seriously. Okay then. I'm gonna blow him. So, we have a plan? Yep. We ask around about Marianne. But we also stick to our repair schedule. Okay. That's really what you need. Alright. Deal. Olly's Diary. Olly's Diary. It's been a long time since I heard that name. Was I the only one who ever called you that? Actually, no. I used it at Fireweed for a while. Well, until I settled on Tyler. Most people were pretty chill about the switch. Not everyone though. What do you mean? I had a mentee who refused to call me Tyler. He didn't want my help. He didn't want anyone's help. I'm sorry. I like the name Tyler, by the way. Thanks. I think we should head out right away. Already tired of the view? Just finding it hard to relax and enjoy it was so much in my mind. Go ahead. I'll catch up. Need to respond to a message. Oh. My sister. The social butterfly. Seems we got a trespasser. Oh. What the fuck? You got five seconds to talk me out of defending my property. Oh. Your property? Five. Four. I'm Tyler. Don't know any Tylers. Three. Two. Sam. Ellie? What are you doing out here, girl? This is our house. Was I talking to you? Sam. Put the gun down. This is Tyler. My brother. Your brother? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. I guess I heard about all that, but... Never. Damn. You look like a real man. Mhm. So do you, Sam. You know what I mean. I just didn't know they could make a woman looks almost like a man. And that's right. Yeah. I'm just me. Hmm. You know. I'm just trying to be me. It's just who I am. Hmm. Well. I've seen a couple of lady transvestites on the TV before, but, uh, I've never seen a dude. Sam, that's not how you say that. Say what? Transvestites? Yes. It's transgender. Transgender. Transgender men. Transgender men. I'm sorry. It's hard to keep track out here in Delos Crossing. The world's just moving on without us. It's fine. Let's just change the subject. Works for me. Tyler. Thanks, Sam. So, what are you doing here exactly? Oh, well, I, uh, I've been kind of keeping an eye on this place for you, you know? It's like patching the roof, checking the pipes, and all that stuff. Thank you, Sam. Oh, yeah, yeah, it's, uh, that's no big deal. I just, you know, your mama, she was, uh, she was a special lady. She deserved much better than, you know, uh, what you got. Didn't you used to help Mary Ann with repairs and building projects? Oh, yeah. Yeah, seeing as your mama never had a man around, I just took it on myself to help her keep this place standing. How antiquated of you. Thanks. I, uh, guess you two are still aiming to sell the place? That's the plan. Which, by the way, we need your keys. Since, apparently, you went and changed the locks? Oh, yeah, absolutely. But, uh, selling your mother's house? Are you sure? Bad or good, it's all you've got left of her. Not all. I'm sure the gun she tried to kill us with is still somewhere in there. Tyler! What? What's that? What Tyler means is, a fresh start is what we both need. Of course, uh, this place has gotta be full of all kinds of bad memories. But, maybe, some good ones, too? Oh, selling your mother. Huh? Hold to speak using your voice? Uh-huh, uh-huh. He's hammered. Okay. We should go. We should get going. That's all you think we'll get out of him? Okay, actually, yeah. Hmm. I guess I could ask him a few more questions. But, so we could end our conversation. Uh-huh. 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 I figured people were bullshitting me. It really surprised you, didn't it? Much as anything ever has. Other folks said they saw it coming Let me The puzzle on her door Did you help with her door? Her door? The puzzle on her bedroom door Oh Oh yeah You two kept sneaking in Giving her no privacy Huh? You ever solve it? No We're all done with fairy tales Yeah After what you two been through Makes sense Uh... Yeah Playtime is not the other thing He's hammered Um... Everything okay? Yes Yes No Oh Alright We should go We should get going We should get going Move on then Well We've got a supply run to make And Uncle Eddie is expecting a visit The uncle Eddie Yeah of course Get going you two Um Sam We all got to get going Oh Of course Of course Yeah I got lost to do myself Lots of to do's on old Sam's list And you don't want to keep brown waiting You know Thanks for looking out for this place Happy to do it I Don't hesitate to reach out if you need anything Anything at all Yeah You hear? Hmm Jodgum Name is a sure Sam Huh? Uh Sam Huh? The keys Oh Yeah Of course Of course Yeah they're yours I Uh Hmm Hmm This place It meant a lot to your mother It almost felt like It was a part of her And it's like some part of her is alive here still Hopefully the house doesn't turn out to be a murderous psycho that tries to kill us in our sleep Huh? Uh Yeah Well uh Take care of yourself Both of you Hey so We really do have a lot to do Okay Go on I'll be right behind you Also der Daud hat das Haus übernommen Er hat die Schlösser ausgewechselt Aber er hat alles so etwas wie sonst Das ist ja speziell Und jetzt ist er zufälligerweise auch gerade da, wo wir drin sind Das heisst, er muss ja sehr regelmässig in diesem Haus gewesen sein Was hat er dann gemacht? Er hat hier geshockt Irgendwie ein bisschen Straub Ich glaube er ist ein Penner und hat hier gewandt Es kann grundsätzlich schon sein Ja gut, sie kennen sich ja schon anscheinend Und ähm Und ähm Und der Aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen schraub. Also wenn, dann hat er irgendwie ... Dann hatten sie eine neue Beziehung, die Mutter und Sam. Und er kann nicht loslassen und geht immer dorthin. Er lässt alles aber so sein, wie es ist. Das kann auch sein. Oh, Tessa. Also, die ... äh ... Die reagiert heikel auf das Thema, haben wir schon erfahren. Ja, well, it wouldn't be, if she reached out to me while I was in Fireweed. Which she didn't. So I'm guessing this is Michael? Äh ... Michael? Wer ist der Michael? Was schaut, was schaut er mir so komisch an? Hey, isn't it your day off? Yep, we're here as patrons. Tyler, meet Michael. This is the annoying co-worker I was telling you about. I was there for your introduction of marshmallow vodka and wine coolers, and I've only worked my way up to annoying co-worker. Rude. Heh, don't worry. She told me exactly how miserable she'd be in this town without you. It's so good to finally meet you. The Tyler talk goes on 24-7, so I feel like I already know you. Okay. So, uh, you here to grab some stuff for the homestead, or? Yeah, we decided it'd be easiest if we just stayed out there. We'll get it cleaned up faster if we literally cannot escape it. Hey, I'm all for efficiency. Cannot wait for us to get out of here. What's that? Maybe come over your roommates. Uh, Michael is moving to Juno, too. We were thinking of being roommates. Oh. Okay. Thinking about it? You better not be backing out on me. The only thing that gets me up some mornings is marking one more day off the calendar. Heh, don't worry. She won't. We'll get the house sold, and you guys can move on. There could be room for you, too. For sure. The more Ronin's, the merrier. I'm studying to be a chef, so, uh, you know it'll be good eating. And hey, I only snore during allergy season. And baseball. How can I say no to that? You okay? Dead on my feet, girl. Got up at four to fish before work. It's been a day. Oh, you like to fish? Yeah. There's this spot called Buzzard Hole I go to at least twice a week. It's like an hour drive, but it's so chill. Especially first thing in the morning. Shut up. I used to go there all the time. For real? Yeah. Hey, well, if you want to go sometime, holler at me. I don't mind sharing. Cool. Most guys I know get all Smeagol about their fishing spots. Aw, look at you two. Bonding over the most slow and boring way to kill an animal. She's just jealous because she couldn't catch a fish. Even if she filled the lake with cyanide first. I'm not... Never mind. Tyler, we better get started with our shopping. Yeah. I'll be around if you need anything. Uh... Enter... The Vec... 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 It is fine. Oh, genau. Tyler, was ein schönes Überraschung. Hast du Allison gesagt, dass ich heute hier bin? Ja, ich glaube, sie hat. Ich habe nur noch nicht erwartet, dass ich so ein... ...dapper junger Mann gesehen habe. Hm. Well, ich habe heute Morgen geblieben. Ich habe noch nicht gedacht. 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 Es gab ein paar Dinge. Darum, die Supply-Run. Ah, genau. Also, wir werden dich bereitstellen. Es muss schön sein, zu Hause zu sein. Uh, ich bin nicht sicher, wie schön ist das Wort. Oh, natürlich. Ich glaube, dass hier sein, fühlt sich kompliziert. Das ist eine Art zu beschreiben. Also, ich werde dich nicht mehr lassen. Ich werde hier, wenn du etwas brauchst. Okay. Okay. So, wir brauchen candles and an all-purpose cleaner. Plus, snacks and drinks. Okay. I'm starving. Do you think you can take a picture of this? Look, all the good fishing spots are normal. Uh, candles, cleaning supplies, snacks and drinks. Oh, ich kann sprechen. Also, jetzt... I don't have my phone on me. And you know, you could just google all this later, right? Are you kidding, Allison? Old fishermen aren't gonna share this kind of juicy intel. Any opinion on cleaning products? Only that using them is an unfortunate way to spend a night. Mmm, organic is better. I don't know if we can use them as well. I hope you can do it. Ja. Ähm... Ähm, was muss ich noch? Ja. 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 Chips. Oh nein. Chips. Ja. Chips sind besser. Was fehlt noch? Äh... Chips? Äh... Candles? Warte, jetzt mal schnell. Nein, Candles haben wir. Äh, Drinks. Drinks brauche ich noch. Give me some drinks. Äh, ist da nicht Drinks? Ist das nicht, äh, Drink? Ja. Da ist etwas zum Trinken. Die haben, glaube ich, einen Energy Drink. Aber das ist etwas. Ja. Ja, da... OJ klingt gut zu dir? Ja. Okay. Ich denke, wir sind hier. Tom, wir müssen noch mal rein. Let's go. So. Ich hole mich mit Google Pay. Will das alles sein? Ja. Danke, Tom. Oh, Tessa. Oh, Tessa. Oh, Tessa. Oh, Tessa. Hi, Tessa. Long time no see. Oh, my God. You look like a completely different person. It's me. Plus beard. Yes. So, we were out at the old house today. Heavens, why would you go there? Surprise, it's even still standing. We found some stuff in Mary-Anne's room that took us by surprise. Oh, really? We want to ask you some questions about her. You're the only person who might have known Mary-Anne better than us. I don't know about that. It's been a decade, please. I don't know how to put our dolls below, so. I know. But I need to... The info. What is it? Did she ever talk about me being a boy? No. It never came up. I found out much later, just like everybody else. Mary-Anne was obviously concerned. She really didn't confide in you at all? Your mother was intensely private. She didn't need anyone else and she made that clear. But this was about Tyler. She was always willing to ask for help when it came to us. Not at the end. Look, I have a lot of my play today. I'm sorry. My advice to you would be to try to move on. It's very easy. It's very easy. It's very great. What happened that night? You can't understand something like that. But... It was God's plan. That's all we can know. I need to go now. Best of luck to you. Truly. What the hell was that? Yeah. I told you she wouldn't talk. It's like she's got CIA training. So. Something's weird here. It's weird, right? Jetzt rufen wir Sam an. Dann soll sie vorbei kommen mit dem Schockgang. Dann reden wir. Pfff. Was, was, was. Haben wir eine Erinnerung? Da haben wir sicher noch irgendeine Erinnerung. Ja, ja, da vibriert es schon. Wo ist es? Da hinten. Da hinten. Ja. Ja. Hey guys, you all done yet? Ja, Mom. Can we go outside while you and Tessa play cards? I'm afraid there's no time for games today, sweetie. Now let's go. Marianne? Can you come here? Sorry, Tessa. I'm in a bit of a hurry. Oh? What's your excuse this time? Emergency repairs for the beaver dam? Tessa, look. No, I don't want to hear it. I want to talk to you. Now. Or do I need to start calling in your debts? Huh. Mhm. Okay. Uh, y'all close. Marianne? Can we talk? No, we can't. Just leave the groceries, kids. Let's go. Don't. Please. Let's just talk for a few minutes. Okay? Also, sie haben unterschiedliche Erinnerungen. I guess that makes sense. Rashomon, you know? But whatever happened. After that, they walked to the counter. And then Marianne lashed out at Tessa, right? I don't know. I don't know. Marianne defended us because Tessa got all preaching. I want to talk to you now. Or do I need to... Okay, happy. I want to talk to you now. Or do I need to start calling in your debts? Mhm. The Lord disciplines those he loves. You're failing these kids, Marianne. Judge me all you want. But don't spew that hate around my children. Spew hate? I'm trying to be your friend. Mhm. 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 You actually think you're being a friend right now? Talking about my children that way? Yes. You might find this hard to believe. But friends aren't just for loans, Marianne. You really want to get into this? Fine. Let's go to your office. I'll be right back, kids. You stay inside, okay? So she's older than that. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. Why is the music so loud, or? Haha. Ah, Tessa is a bit a bit a bit. I wish you would have trusted me on this. I really don't think Tessa was being that harsh. You don't know her. And regardless of who started things, once they were in the office, they both went at it. What do you think they were arguing about? Me? I don't know. It was impossible to hear over the music. But hey, now that we know she was lying to our faces, let's ask her. Yes. Let's talk a little bit. Oh, got it. So. Right, now we're talking. Is there something I can do for you? Uh. Yeah. Your fight with Marianne. Earlier you said Marianne kept everything to herself. But you two had a big fight a few months before her death. Didn't you? We argued all the time. You'll have to be more specific. This wasn't about who cheated at Canasta. This was intense. You locked yourselves in the office so we couldn't hear. I'm sorry. It was a long time ago. Now, I was in the middle of something. No, 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 no. We'll leave you to it. No. I think she knows more than she's letting on. Uh-huh. But there's no way to nail her down when we don't even know what we mean. If we could pinpoint what it was about, she'd be out of excuses. Uh-huh. Sure, but how do we do that? The music was too loud to make out what they were saying. Marianne and Tessa were obsessed with that song. It was on all the time. What are you thinking? We've been getting these visions whenever we see or hear something really emotional. Maybe listening to it will trigger something. Okay. You may be onto something here, Ronan. We can't go back to her with anything half-assed. We should go talk to Tom. Make sure we build as strong of a case as possible. Okay. Let's see if we can figure out what song it was. Okay. Finden wir das raus. Hey, Tom. Ich nenne dich dort so einen Schock an. By Shotgun. I remember that one song. This might be a weird question, but do you remember the song that Tessa and Marianne used to love? They played it all the time. How could I forget? I think she's still got the CD back here. Okay. A little worse for the wear, of course. Hold on. Here it is. I was happy when it got put away, to be honest. I'm sorry. Backstreet boys. Tell me why. This is it, right? I think so. It's a good song. It's a good song. Wow. I just got hit with a flood of memories. You see what I'm seeing? Yeah. You see what I'm hearing about? That's not the same thing. Mama, stop! That's so embarrassing! Oh, yeah? Tessa, come join me. I know you love this song. Oh, I couldn't possibly. Some of us are actually trying to get work done here. Oh, bring those out. Was ist passiert? Die Kinder immer mit diesen Kandys. Sie sind so günstig. Nicht nur eine Brücke, es ist okay. Oh nein, ich kann nicht, Tessa. Es ist nichts. Okay. Aber schreiben sie in deinem kleinen Buch. Okay, okay. Whatever du willst. Das ist ein Kolder, wo sie hat, oder? Und ich werde bei dir auf jeden Tag helfen, um dir zu helfen. Wie ich versuchte. Tessa war, wie sie Marianne war manchmal. Ich glaube, dass Tessa selbstverständlich war und Marianne behandelt wie ein Charity-Case. Sie versucht mir zu helfen. Wir sollten sehen, ob wir diesen Buch finden können. Und jetzt Tessa immer noch ein paar von ihnen in hier irgendwo. Wenn ich einen Schweren hast, dann können wir uns entscheiden. Dann haben wir ihnen die Zeit. Und dann müssen wir uns vorbereitet. Und dann gehen sie zu. Und dann geht sie um die Uhr. Und dann geht's das hier. Ich hatte eine Einheit. Ich habe eine Beine, aber ich bin gut. Ich habe eine Brücke. Ich bin gut. Ich habe gesagt, ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Wir gehen. Wir gehen. Warte, bitte. Ich habe etwas für Sie. Schauen Sie das mal nach Hause, okay? Sie können diese Verlust machen. Ich habe mit diesen Leuten gearbeitet. Sie können helfen. Was war das Pampflip, Tessa, zu Marianne? Ich weiß nicht. Ich sah es in Marianne's room. Es hatte eine kreepfe, aber ich hatte nichts über ihn. Es war schlecht, aber vielleicht eine Konversion-Therapy-Bad. Ich bin sorry. Okay. Ähm. Ab zum Waffenschrank. Ich konnte eh noch... Man kann ja dort interagieren. Ich konnte es nochmal schnell machen. Schau. Ich brauche auch Guns-For-Safety. Warte, jetzt hat der Tom noch etwas für uns. Ja, ja. Äh, Tessa looks on edge. Ich will nicht über Kampagne reden. Ich habe das Business. Pfff. Kein Mahltag jetzt. Okay. I'll talk to you later. Ähm. Unser Plan ist immer noch Evidenz. Und äh, das Ding, was sie ihr gegeben hat. Oh nein, warte jetzt. Oder ist es etwas anderes gewesen, was man sucht? Warte, jetzt gehe ich nochmal hier rein. Ähm. Ja, tunberadig mal. Can I help you, Allison? Oh, nein, nein, danke. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin nur für etwas, was ich vergessen habe. Ah, 2004. Ich bin nicht überprüft. Ich bin nur für das, was ich sage. Ähm. Ich bin vielleicht nicht überprüft. Arianne. Was aber es ist, wie Marianne hat sich begonnen hat. Ok. Oktober. No show, not returning calls. Ok. Oh, ein Collectible. Ist das alles gewesen? Jetzt habe ich gar nicht geschaut. Noch mal schauen. Nein, nein, danke. Ich bin gut. Ich bin nur... Ich habe etwas vergessen. Was haben wir da noch? Oh, ihr habt ein PC. Let's see. Let's go. What was it? Ja, was ist das? Was? A Parent's Guide to Preventing Same-Sex Attraction. Lines for traditional families. Your order has been shipped. Hey, Kashira! Kashira! Grüezi! Hey, Kashira! Nächstes Jahr muss ich nicht mehr Zivilschutz nehmen. Das habe ich, glaube ich, schon manchmal gesagt. Ja, schön, wenn du vorbeischauen kannst. Merci, merci. Aber er wollte mich schon noch einladen. Ich sage dir das im Falle. Er hat mich fast nicht gehen lassen. Und dann habe ich gesagt, ja, ja. Als wir gegangen sind, habe ich gesagt, ja. Das ist jetzt das letzte Mal. Und ja. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Und er so. Nein, nein. Wir sehen uns dann schon wieder. Und ich so. Ja, okay. Ja, wenn die Kleider kommst du schon abgeben. Ich glaube, er hat es dann am Schluss akzeptiert. Von dem her. Scroll. Ist das etwas Wichtiges? Ich glaube, wir haben genug gesehen. Ja, wir haben ein gutes Gefühl, was runterging. Wir sprechen mit Tessa. Habe ich jetzt etwas verpasst? Etwas Wichtiges? Er probiert alles, ja. Er probiert alles. Ja, dich will er dann sicher herbehalten. Ja, du bist ja eigentlich mein Nachfolger, Kashira. Ähm. Also, ich muss das nochmal schnell anschauen. Das ist ein wenig Straub. Yikes. Also, sie hat eine Newsletter angemeldet da. Und wenn ich das so ein wenig lese. Also. Articulating God's Design for Sexuality. Aber halt. In Caps lock ich schreibe. Parents Guide to Preventing Same-Sex Attraction. Okay. Ja, 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 ja. Und wir reden mal mit der Tessa. So. Is there something I can do for you? Just shopping. We remembered details. Let's go top. We're back. With details. And blasted that song you used to dance to all the time. Mhm. Oh. 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 Oktober 2004. Ist das richtig? Ich weiss es nicht. Oktober 2004. Ja. Ok. Ja, you told her about the camp. Yeah. We know you support the Alliance for Traditional Families and that you gave her the pamphlet about their camp. What camp? The... Oh, the Virtue Seekers Youth Camp. The Virtue Seekers Youth Camp. It was conversion therapy. You told her that Tyler should go there. I... I... Look, you've clearly decided I'm Judas, just like Marianne did. But I was trying to help. You does. You told her to send her child to conversion therapy. Do you know what they do to kids in those places? I do. Now... How did Marianne take your helpful suggestion? Badly. She wanted to... Let you be whatever perfect little butterfly was in that cocoon. And yes, we argued about it. So she was cool with who I was? She was more than that. She loved you. Well, I think she was so silly. I don't mean to be rude, but I really do have a lot on my plate today. Okay. Well, get out of your way then. Thanks, Tessa. Okay. Can we grab our groceries? Ah, um, Michael already put them in your trunk. Okay. Thanks. Bye, Tom. See you later. What are you thinking? Just trying to wrap my brain around all that. I can't believe you got Tessa Vecchi to talk about the past. Bravo. Yeah. Marianne, she had my back. It really doesn't change much, right? She was still fucking crazy. She still tried to kill me. But knowing that she was trying to protect me, before whatever the hell happened that pushed her over the edge, it feels good, Alison. Hey, look at me. You are allowed to feel however you are feeling about this. God, I could use a smoke. You're speaking my language. What? Sorry, I'm just... I'm thinking about what this means. Yeah. Me too. Well, it's a good thing Eddie's expecting us. He knew Marianne pretty well and he was in charge of her. Oh, now we're going to Eddie. We're going to Eddie. We're going to Eddie. No way. Never asked. I'm sure he thought I was... And Eddie is maybe even live on stream. Our Eddie. Exactly. He's a good cop. Thorough. I'm sure he's got something. Let's go. Also, lieber Chat übrigens. Es gibt auch wieder mal neue Rewards für Punkte. Wir können die ja einlösen und also ein paar neue Sachen. Wir können ja mal schauen, was so neu ist. Ein paar Soundeffekte sind, nein. Es ist wirklich... Es ist... Wow. Police Department. Let's go. Jetzt können wir dann gleich noch an unsere Schockgann runter. Und es geht ja in 40 Minuten. Ja, in 40 Minuten geht's los mit Serious Sam 4. Der wird gemäzget. Kontrastprogramm definitiv. Ja, nach dem Spiel muss ich Opferdeckel gehen. So, wir sind im Police Department. Und hier ist Private. Darum gehen wir jetzt hier mal rein. Okay, also. Oh, da geht's da. Haben wir einen Plan. Hilfe, da ist der. Ja, ja. Genau. Meet me when you're done. Home sweet home. Hm. Jetzt muss ich... Ich nehme mir gerade etwas Wunder. Ist das ein Unisex-Restroom? Ja. Also gut. Also gut. Reception. Warte, jetzt find Uncle Eddie. Da finden wir schon noch einiges. Oh, das wird. Und zwar. Yeah. Das ist der erste Teile von Testus her. Genau, egal. Immer wenn es da wird, alles gut. Alles gut. Alles gut. Oh, das wird. Oh, da gibt es ein Einzelnen. Oh, da gibt es deine A Raiseur. Ich habe mich immer wieder Wo ist der ein? Wo ist der ein? Äh, da ist er noch nicht 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 Tyler, kommst du? Hä? Aber jetzt ist es noch nicht Oh, they'll remember, okay. Okay, let's go. Okay. I'm here, too. I'm not ready. And don't hold me... Don't hold me in. And I want to open it in, okay. Something's in the way. Uh-huh. Okay. Nock. Eddie. Eddie Brown. Schau, der sieht wirklich aus wie der Eddie. Oh, der sieht wirklich aus wie der Schau, der sieht aus wie der Schau, der sieht aus wie der Kaffee. Hier ist die Kaffee. Hier ist die Kaffee. Dankeschön. Komm zurück nach oben, wenn du fertig bist, okay? Kaffee, kaffee, gut? Die Maschinen ist in der Kaffee, nach oben. Uh-huh. Ist das eine Madonna? Und nichts. Armory. Oh. Der kann nicht. Ich glaube, das ist eine falsche Schare von Game. Dann hast du schon wieder eine Erinnerung. Ist das wieder die gleiche? Ist das nicht die gleiche? Ah. Okay. Dann gehen wir mal nicht durch. Oh, ich dachte, ich habe diese Erinnerungen in irgendeine Erinnerung. Woher? Oh. Okay. Wahrscheinlich da auch. Okay, wir gehen in. Das ist aber wieder schon bei. Okay, kommen wir hier in. Ich komme überall hinein. Wo ist die schlussende Erinnerung? Hä? Ist die ja da, oder? Ja. 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 Ich komme nicht draus. Es vibriert und vibriert. Ich gehe jetzt einfach mal da hinein. Ja. 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 Das ist wie passiert. Ja. Da geht es da. Wer hat denn das Ding da hingestellt? Geh, Verdecker. So. Nicht. Okay, der hält nicht. Der Lassenjus. Oh, Kaffee. Oh, was hat er gesagt? Show me. Erinnerung. Was haben sie? Sie haben gelogen. Du okay? Honestly? No. Do you ever regret? No. No way. Well, maybe once or twice early on, but now, no way. I mean, look where we're at. Look where I'm at. Hm. Uncle Eddie's probably done by now. We should go find him. Do you mind if I go inside that room for a second? Uh, you sure? Was vibriert da? Ist das die gleiche Erinnerung? The first time I've been in here since... ...that night. Eddie was so uncomfortable, he dropped a face. Hier. Have a seat. All right. Ah, damn it. Um, sorry. Okay. They kept this? What? It's that vase. They glued it back together. Oh, what's that? Oh, what's that? Oh, what's that? Oh, what's that? No way. Have you been hiding back here all this time? Oh, I'll have a seat in the new car. Okay. The Ice King? So we're already waiting? Ja, ja, ja. Ist da sonst nichts mehr? Ich will hier noch etwas mehr erfahren. Irgendwie... Ich habe das Gefühl, das sind viele Infos, die wir noch nicht wissen. Und hier vibriert es. Was ist es? Ah, da Remember. Warum hast du uns verbreitet? Ist Oli okay? Oli ist einfach gut, honey. Sie sind alle in der anderen Seite mit Coco. Alles wird okay. Ich muss jetzt ein paar Fragen stellen. Komm mit mir. Ja. Ja. Ich versuche nur meine besten nicht zu erinnern, die Nacht, wenn ich hier bin. Ich versuche es. Oh, das sieht aus, dass sie unsere Lager-Key hat. Oh. Nimm ihn. Okay, er kommt nicht. Ich gehe jetzt mal hoch zu Madi. Ah, du Hund rufen. Ja. 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 Ich habe meine Weeties. Die ganze Klan ist so stolz auf dich. Wie du mit den Kindern arbeitest. 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 Ich würde sagen, die Kinder sind die Zukunft. Ich dachte, das war Whitney Houston. Ja. 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 Dann weisst du doch auch irgendwie noch mehr. Da will er sicher nicht. Ja, 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 ja. Ja, ja. Da hat Dreck am Stein gehabt, ganz sicher. Ich kann das nicht glauben. Schau, wir können nicht sicher sein, okay? Ich versuchte dich beide. Also, du bist noch nicht sicher? Was? Du denkst du, dass wir uns abgeholt war, das richtige Begriff war? Sie war traumatisiert. Wir brauchen uns gemeinsam zu heal. Und du hast das weg von uns. Also, warum hast du nicht geholfen, als du 18 Jahre alt bist, dann? Uncle, bitte. Let's move on. Sie wird nie sagen, wie viel das sie hat. Aber es hat. Das war über mich. Es war nicht über sie. Ja, das war nicht. Und drei Jahre ist nichts, wie sie in der Zeit. Wichtig, Alli? Ja, das war nicht so. Schau, Uncle. Wir sind uns so, das nicht hilft mir zu heilen. Wenn es etwas ist, war es das Gegenteil. Selbst wenn er gefährlich war, hätte ich das Risiko genommen. Dass es ein Teil war so schwer. Ich wusste nicht, dass du so fühlst, kleine Moose. Es war schwer zu sprechen zu Ihnen. Es war schwer zu sprechen zu Ihnen. Ich wollte nicht so ungratetig sein. Wir haben alle verletziert. Wir haben alle verletziert. Wir haben alle verletziert. Aber das ist das, was Familien ist für? Wir können nicht einfach weitergehen? Das ist das richtige Begriff. Wird das richtig. Wird das so richtig. Ich wundere, wer ist, wer ist, wer? Wir werden die Nacht in der alten Haus bleiben. Wir werden besser gehen. Wirst du erst eine Begriff holen? Das ist für mich. Ich will dich da mit dem wunderschauen. Ich würde das nicht machen. Ich würde gerne ein Armour gehen. Moment schnell. Ich würde... Ich würde mich noch in Laufen. ... ... ... ... ... ... Äh, was war das jetzt? Das war jetzt gerade ein bisschen sterb. Oh, 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 oh. Allison! Allison! Hey, w-w-w-w-w-what the hell is it, ein Skoda? What the hell was Skoda? Schader, change. Okay. I'm sorry, I cut my hair. I won't do it again. I'm going to kill you. No, please. Oh-kay. Mom. Mom, please, no, don't do this. Ah! Oh, oh, oh! Okay. Okay. Allison. Das war einexpected. I killed her. I killed her. Allison. We need to call for help. I killed her. Irgendwie ja, ein echter Plot Twist. Hey Kalkasus, grüzi, grüzi. Schön, dass du reinschaut. No. Yes. We look out for each other. That's what Goblins do. Oh wow, okay. It's gonna be okay. We're gonna be okay. Yes. Also wir haben das die ganze Zeit gewusst. Also wir nicht, aber die beiden ja schon. So. Aber dann ist die Mutter gleich voll. Dann ist ja die wirklich voll durchgedreht. Aber... Aber wieso? Okay. Das war Episode 1. Es war noch nicht ganz vorbei. Es gibt noch, ich weiss gar nicht wie viele Episoden es noch gibt. Aber es geht noch weiter. Aber wir machen jetzt noch nicht direkt weiter mit Episode 2. Weil es äh... Am 9 Uhr starten wir mit Serious Sam 4. Oder vielleicht sogar schon ein bisschen früher, wenn die Leute ready sind. Ich gehe jetzt mal in unseren Discord Channel hin. Aber... Hey, ja... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es war irgendwie ein bisschen langatmig. Es ist ein bisschen schwierig gewesen, um reinzukommen in die Story und in die Charaktere. Es ist auch jetzt noch nicht so verrückt tiefgründig das Ganze. Aber, äh... Ja, das war jetzt doch ein rechter Twist am Schluss, also sehr unerwartet. Ja. Ich finde es, ich finde es recht gut gemacht, muss ich sagen. Ich hatte wirklich am Anfang ein bisschen Sorgen gehabt, dass es so ein bisschen langatmig bleibt und ich wusste nicht, in welche Richtung, wie sie das aufbauen auf dem Transgender, auf dieser Thematik. Wie sie diese Story aufbauen. Ich habe keinen Plan, was gerade abgegangen ist. Ich habe gerade reinkommen und BAM! Endlich gespoilert. Sorry for that, Kalkasus. Es tut mir leid. Ja. Das war schon der grosse Twist. Warlock, grüezi. Warlock, du bist gemutet. Grüezi. Grüezi. Ja, wie hast du es gefunden? Ja, es war stelleweise sehr verwirrend. Ja, es war schon ein bisschen ... Du wusstest halt nie richtig, wer Dreck am Stecken hat. Man weiss es jetzt ja noch nicht recht. Ja, genau. Und der Twist kam wirklich aus dem Nichts. Es ist schon ein bisschen ... Du bist immer davon ausgegangen, dass du als Spieler oder Zuschauer weisst, dass sie das wissen. Du gehst ja nicht davon aus, dass sie dir etwas verheimlich ist. Ja, ja. Aber anscheinend wussten sie dort ja schon, was abgegangen ist. Ja, ja. Also Tennyson hat die Mutter von hinten abgestochen. Genau, weil sie ... Der Bruder hat wieder abgeklammelt. Aber da ist immer noch so, ich bin es gerade verdeckelnd einmal. Da geht es für mich nicht ganz auf. Ja, die Frage, ich meine jetzt, warum fehlt das ja komplett, oder? Ja. Ja, also warum? Aber weisst du, es ist ja auch das andere, wir hatten jetzt ein Flashback gehabt. Kannst du dich da drauf verlassen? Ist das wirklich so passiert? Weil wir hatten ja schon verschiedene Versionen von Erinnerungen gehabt. Wobei das jetzt nicht eine Erinnerung, die wir quasi angetriggert haben mit unseren Powers. Aber ich frage mich gleich, ist es ... Ist es exakt so gewesen? Also so, wie die Mutter jetzt sich verhalten hat, ist sie ja schon darauf aus gewesen, ihn abzuknallen. Aber es war schon im direkten Widerspruch zu allem. Es hat ja immer so ausgesehen, als wäre sie so carend und ... Ja. Pro und so. Ja, und Tessa ist eigentlich eher die, die sie umstimmen wollte. Nein, das ist falsch und blablabla. Ja, es ist schon, es ist schon ein wenig Straub. Sehr, ja. Also irgendetwas muss noch passiert sein, wenn es wirklich so war, wie wir es jetzt gesehen haben, da muss noch einiges passiert sein, damit sie so ein wenig übergekippt ist. Ja, absolut. Oder hast du gesagt, da gibt es noch Folgen? Ja, also mehrere Episoden. Ich muss mal schnell schauen, wie viele Episoden es gibt. Ich muss mal gucken. Ich denke, Tell me why ... Also wir haben Tell me why ... Oh, da ruft meine Uhr. Danke. In Erinnerung, als wir Serious Sam zogen haben. Sehr. Ja. Tell me why ... 1, 2, 3 ... 3 Chapters. Wir haben jetzt Episode ... oder Chapter 1 haben wir jetzt gespielt. Okay. Das heisst ... Ja, den Rest werde ich auch noch streamen, das auf jeden Fall. Ich glaube, es hat mich jetzt doch ein wenig genug gepackt, dass ich weiter machen möchte und den Rest auch noch wissen. Ja, ja, selbst schon. Jetzt hat sie in der Story mehrere so Punkte drin, wo der Clou noch nicht gegeben ist. Mhm. Und das ist jetzt schon noch interessant. Vor allem ein wenig mehr, ein wenig genauer, und die Mutter eben, was ... Ja. Ja. Das nehme ich jetzt extrem runter. Und dem Fall der Eddie. Ich weiss nicht, dem sie ich traue jetzt. Dem traue ich am allerwenigsten von allen. Ja. Tessa, die ist straub und die wollte sicher versuchen zu manipulieren. Aber that's it, das ist vorbei. Aber der Eddie, der sich hat irgendetwas richtig Dreck am Stecken, glaube ich. Ja, ich glaube auch, vor allem eben die ... Er hat ja immer ... Jede Türe, die er zugemacht hat, hat er noch so abgeschlossen. Ja, das hast du gesehen. Ja. Ja. Also ist schon ... Ja, ich weiss nicht. Ja, du, es bleibt spannend. Ja, der Eddie. Der Eddie. Wer sie ich? Das ist der, wo, weißt du, den siehst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr bis Chapter 3 am Ende, und dann poppt er auf und dann denkst du, du verdammter Wichser, ich hab's gewusst. Ja. 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 Ja, das war's gut gewesen, das war's gut gewesen. Es ist ein schöner Aufgang, hey. Ich hab richtig gerechnet mit der Zeit. Also ich will natürlich schnell googlen, wie lange die Spielzeit ist. Okay. Und dann haben wir jetzt noch eine Viertelstunde und ich brauche noch eine schnelle kurze Pause. Ich muss dann schnell die Wasch machen. Logischerweise. Es ist ja Samstag, oder? Es ist Samstag. Okay. Ähnlich hat es jetzt einen anderen Tag, wo ich die Wasch mache. Seitdem ich so ein bisschen Homeoffice habe, aber ich hab's die Woche auch verhängt. Ja. Und dann ist es jetzt wieder mal Samstag. Gut. Ja dann. Also, lieber Chapman, machen schnell wirklich, äh, ich sag mal. Ja gut, die meisten sind eh erst am 9 Uhr ready, oder? Also ich nehme, der Schorsch kommt auch am 9 Uhr. Ja. Äh, ich weiss nicht, ob Daddy kommt. Die Tarnas hat noch schnell gefragt gehabt. Die Tarnas möchte noch zuhören. Also, join einfach rein. Wenn Serious Sam 4 möchtest du mitgeben? Ja. Du bist grundsätzlich all willkommen. Es ist auch limitiert auf 4 dann, aber da findet man sicher irgendeine Lösung. Äh, also, wir bekommen schnell eine Viertelstunde Pause, wenn das für alle recht ist. Das wäre schön, wenn ihr nachher noch da seid. Äh. Und danke fürs Zuschauen soweit. Bis nachher.